Ich glaube nicht, dass Druck das alles entscheidende morgen ist, sondern letztendlich die Performance des Tages, die vielleicht bessere Idee, die besseren Spieler, die bessere Tagesform. Druck hat viel in den Köpfen was zu tun vor den Spielen, wird viel darüber diskutiert, wird viel darüber gesprochen. Aber dann letztendlich, wenn das Spiel losgeht, glaube ich, ist der Druck nicht mehr das alles entscheidende. Wenn Mbappé und Neymar wieder zurückkommen, fokussiert sich viel von ihrem Spiel natürlich auf die beiden. Kann auch sein, dass sie eine andere Grundordnung spielen, als sie es vor zwei Wochen gemacht haben. Sie variieren ja auch in der Liga immer wieder zwischen zwei oder drei Grundordnungen. Das wissen wir nicht hundertprozentig, das sehen wir dann wahrscheinlich, wenn wir die erste Elf sehen, welche Grundordnung es tatsächlich ist. Grundsätzlich erwarte ich natürlich, wenn Thomas und auch die Spieler davon sprechen, dass es ein Finale ist, dass sie dann auch auftreten wie im Finale. Sprich, dass sie versuchen, Druck drauf zu bringen, dass sie versuchen, selber viel den Ball zu haben. Natürlich haben sie da extrem gute Abläufe, mit dem Speed natürlich gefährlich und ich erwarte schon ein relativ offenes Visier beim Gegner. Wir versuchen natürlich, dem Finalcharakter gerecht zu werden, eben nicht dem Halbfinalecharakter, sondern dem Finalcharakter und es demnach auch besser zu machen, als wir es im Halbfinale gemacht haben. Ich empfinde nicht, dass ich spreche wie eine Außenseiter. Ich versuche, die Dinge einfach so darzulegen, wie sie sind. Ich habe vor dem Halbfinale schon mal gesagt, dass Neymar und Mbappé doppelt so viel kosten zusammen wie mein ganzer Kader. Grundsätzlich sind wir in einer besseren Ausgangsposition und die können wir nur halten, wenn wir morgen zumindest den direkten Vergleich gewinnen. Aber wir wollen das Spiel gewinnen und demnach auch den direkten Vergleich. Wer Underdog-Favorit ist relativ egal, es zählt die Tagesperformance und da wollen wir besser sein als Paris. 의 Webinar